nach kotter auf ich kämpfe für meine freiheit war das ist kaputt das ist kaputt sein alles angezündet ich denke mal ich muss am anfang erst mal die sklaven wird wahrscheinlich kein weg vorbei wir sind braune und grüne drin und welche draußen sind auch noch braune also nehme ich erst mal die hier sind bin jetzt wieder am maximum so da ist mal einer entweder kommen jetzt noch mehr sklaven das ist nicht die lösung nein okay es war die lösung nein stefan und der speedscherge auch nicht schlecht ein armes einhorn aber es ist schon so alt im wächst bald ein zweites dann wäre es ein zweihorn mhm ja irgendwer spricht das gerade in einen strumpf warum haben die strümpfe über ihrem gesicht okay das sieht sinnvoll aus weiter und lassen in der arena die muskeln spielen so und wo ist er denn von da kommt er okay da oben sind leuchtende säulen das ist auch mal jetzt kein ähm keine raketenwissenschaften studiert zu haben dass man hier vielleicht ach verdammt ein paar schergen verliert okay das war nicht so toll ja da 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 alle beleben alle beleben hier 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 ganz viel beleben ach scheiße ne komm komm kommt der mal hierher zurück in die arena oder soll ich den einfach umliegen okay das war jetzt ein direkter hit hat das was gebracht ich mein ich hab hier genug schergen in den ganzen tollen Amphoren ach ja das erinnert mich an Abraxos den Gott der Fässer und Amphoren und keiner weiß was es zu bedeuten hat wahrscheinlich was schade ist ich denke ich muss den doch umbringen weil da hat sich jetzt nicht unbedingt viel gezeigt springt mal auf seinen Rücken gucken wir mal ob wir Schaden machen können minimal aber ja doch das geht schon das geht schon Autsch das geht man muss nur wollen ähm ja dankeschön nicht so geplant jetzt habe ich noch 13 ich kann nicht von 22 auf 13 kommen so schnell nein 12 also ich ziehe hier recht wenig wir gehen jetzt mal hier hoch holen uns braun und grün in Massen mehr mehr auch mehr wir können 35 kontrollieren im Moment und das müssten wir dann auch ausnutzen ähm ich darf ja meine Magie nutzen weil das ja überhaupt nicht dumm ist von den Leuten und und so da bist du schon irgendwo gegen gehandelt haltet euch an euren Sitzen fest gute Leute okay wie kann einer da oben sterben was machen meine naja nicht schön aber selten okay der Riese ist tot und ich habe nur einen blauen kann das sein äh immer noch am Leben also dann schick die nächste Gruppe rein erledigt sie äh was Wichte wieso brennende Wichte ähm irgendwie ist jetzt hier alles dabei kann die Wichte mal aufhören mich umzubringen so ich brauche mal deine Lebenskraft danke ähm Schutzschild ist auch dabei gewesen ja das ist totales Chaos komm schon jetzt müssen die Säulen noch eingreifbar sein oder hier ist nur noch einer davor ich habe noch sieben ähm ja vielleicht hier ich muss die nicht wirklich besiegen oder ich meine die Hälfte macht sich selbst platt haltet euch an euren Sitzen fest gute Leute das wird blutig hm naja okay die sind zumindest über den Haufen gerannt worden hm hm also ich glaube es ist am sinnvollsten dass die beiden sich da erstmal bekämpfen er glaubt tatsächlich er könnte gewinnen ja ich habe jetzt zumindest noch ein paar Amponen mit mit Viechern drin was was sie haben einen Einhorn besiegt irgendwie habe ich gerade einen blauen noch das ist auch nicht schlecht so machen wir hier die Sklaven weg dass der Riese sich mit dem Einhorn befassen kann ah da sind auch noch blaue drin das ist gut sehr gut ich brauche trotzdem Leben können wir es nicht aufnehmen oder? oh wie heftig opfern sich ja gerne das passt schon wenn es freiwillig ist ist es in Ordnung so 16 ist auch nicht so toll puh aber das sollte für den Riesen reichen gucken wir mal ob das Einhorn schon platt ist ja das eine ist ja das war das letzte Einhorn ne lebt noch wie viel hast du noch? ne noch nicht wirklich was verloren ah super gerade beim Aufladen wie du stört ok die grünen sind sehr hilfreich und die dann nicht angegriffen werden können wenn sie da oben sind hälfte und jetzt müsste ich mich mal verziehen ja ich kämpfe gegen den also das mit dem Lebensabsaugung kram das wäre eine gute Sache gerade aber das wird nichts ne riechen 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 klasse macht das schaden etwas hoffentlich das sieht gerade wirklich dann aus das fällt mir nicht können die nicht mal irgendwie gegenlaufen und ganz viel Schaden kriegen das ist nicht möglich also er ist gerade mal volle kanne gegenland Moment das muss ich ausnutzen ok ich denke das ist die bessere Art zu kämpfen hier was du bist voll gegen gelaufen mach keinen scheiß da der blau seit dem blauen wieder na klar es funktioniert wunderbar kann das mit den Sklaven hier mehr soll ich die übernehmen was soll ich machen ah ich hab keinen mana mehr ist auch nicht unbedingt hilfreich so ach verdammt ich dachte er schreit das wird blutig wird aus dem weg aus dem weg aus dem weg aus dem weg so hier kommt komm 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 hier gegen ach komm mach deinen blöden Sturm angriff vor dem haufeingang der arena könnt ihr riesen somit ihr es kaufen natürlich würde keine vorbei naja jetzt aber jetzt 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 ja keine lust oh mo ok jetzt gut nehmt die Chance wahr die besten des Kaiserreichs sind zu gut ok reicht 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 tch Mann ist das ein alter Sklave so verstecken wir uns der dem wohnen Lord wird die arena nicht lebendig verlassen nein der Große den Großen auf haut ihn um Gott gemischte Runde überstanden naja ach so Hallöchen dich haben wir noch lange nicht mehr gesehen der Yeti da ist er da ist er ok das stimmt nicht du hast dir die Nägel lackiert wir haben uns alle Sorgen gemacht aber jetzt haben wir euch ja wieder ihr habt also euren alten Freund getroffen wir haben unseren alten Yeti getroffen der einen auf Donkey Kong macht aber sowas von mach mal einen auf Donkey Kong hierher da bin ich ganz richtig aber schon nah dran bringt das was komm schon ok ok das bringt anscheinend nichts aber ich kann hier hinten hoch das könnte hilfreich sein hm da ist Mana da ist Mana 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 bring mir das Mana ach ich dachte hier wär auf ok was wie machen wir das mit dem Yeti jetzt am besten vielleicht kommt der bis hier hier mach mal hier auf au 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 ich brenne ich brenne auch oder bis hier du musst doch mal irgendwas sinnvolles machen weg ja genau gut hier komm ich hoch und ich habe noch einen Schergen ich habe noch einen Schergen ja reicht das für Schergen essen? ne ok hm irgendwie hab ich grad null von einem Schergen und da haben wir wieder ein paar ist der echt? was tust du da? ähm ähm ich brenne wieder wenn man mich fragt was ich da tue dann äh ja ich brenne halt wieso denn? ich will ihn tot sehen ich will ihn tot sehen weißt du willst Brot sehen? mach dein eigenes Brot fang ich einfach dich zu backen ja das war volltreffer muss ich mal sagen ich renne irgendwie immer nur noch auf niedrigem Leben rum das ist nicht so toll du sollst nicht das Publikum töten du Idiot ich komme hier nicht weiter könnt ihr mal bitte weggehen was tust du da? bitte weggehen töte mich nicht ok ich komme hier nicht weiter wenn er jetzt wirft dann habe ich echt Arschgast was tust du da? ok und das reicht für Schergen essen ach so gut ok wenn ich jetzt was tust du da? ah wenn ich von hier aus Schergen dahin blocke keine Sorgen können die das einreißen sehr gut das war Seite Nummer 1 gehen wir nochmal rüber ich habe tatsächlich genug Leben um einen Schlag zu übernehmen das ist schon mehr als meistens da 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 schön epische Musik dabei lass den Yeti in Frieden der kann doch auch nichts dafür auf auf ich kann nicht immer meine Schergen hier vorschicken wir machen das alle zusammen alle zusammen tanzt das Brot ich mag keine Publikumsbeteiligung Publikumsbeteiligung ist immer gut immer vor allen Dingen in Aquarien Platz war sehr teuer du kannst ihn ja auch behalten so schnell Kaiser Solarius in den Palast wachen Schild aktivieren Robbe Robbe oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein Goal Homerun oh okay ähm Money wie jetzt was für eine unglaubliche Show ich habe irgendwie wenig Mana und wenig Leben aber das ist ja nichts mehr und da wir gerade in einer akuten Geldkrise sind nehme ich mal alles mit was ich kriegen könnte entkommt entkommt interessant Schergen ich verstecke mich unter meinem Bett hauptsächlich blaue so Solarius reite uns wir wollen uns alle holen und wo muss ich noch Mana geben damit ich leider verfolgt ist auf Scheiße Lauft ich verstecke mich unter meinem Bett ihr Idioten die können mich nicht besiegen wenn ich mit dem Untergrund verbunden bin das wird nicht Lauft okay schnappen wir uns den Yeti die Karte bei ihrem Preis wert sieht zwar auch aus wie ein Yeti aber das war fantastisch okay unterworfen klasse diese habe ich nur blaue oh Apropos blau entkommt gut blaues Nest weg mit dir die ganze Arena bricht zusammen ähm shit so da wären wir wieder als wäre nichts passiert ähm ist auch nichts passiert so jetzt holen wir noch unser schönes blaues Nest und machen dir kalt Scheiße die ganze Arena bricht zusammen jaaa nicht immer so überdramatisch jetzt kommt mal alle her Lauft alle mal helfen und funktioniert das auch einer fehlt einer fehlt jetzt auch blaues Nest blaues Nest und Yeti der Jedi der Jedi müsste auch mal was machen die Karte war ihren Preis wert sehr komische Transportmethode die die blauen da haben aber das sollte es gewesen sein würde ich sagen ich verstecke mich unter meinem Bett okay wir haben das blaue Scherbenlust zurück zum Turm jetzt haben wir also auch die blauen und das heißt wir können das nächste Mal ins Ödland und die Turmfragmente holen wunderbar oder? aber wie gesagt das nächste Mal bis dahin ciao ciao